Also was du aus einer Websebellen hast und du nicht gerade hast zu fragen, das findest du da im Glossar. Also Penner, Button, Content und so Zeug, das sind halt angezogen als wie in der Zeitung, plus online. Also da passen Filme rein. Die Schriftkasse drehen, sich kein Hurenbützl machen oder ein kleiner Film läuft ab. Und dann ein Klick und schiebe ich nicht hören. Hey, nicht was du meinst. Stabil in deinem Angebot. Hast du schon mal Ärzte von PIs gehört? Nein, nicht die Polizeiinspektion, nicht da, wo die Schandamen anspringen. Da macht man Page Impressions, da zählt man über die Klicks, was man gemacht hat. Also auf jeden Fall wird da alles erklärt. Ich weiß zum Beispiel, dass ich eine Flashball leider nichts zum Trinken kriege und dass ein Skyscraper kein Haus ist. Aber sein Branding, das ist echt eine gute Sache. R.O.S. ist übrigens keine Rose. Zwar mit umeinanderrühren hat ein Schatz zu tun. Also R.O.S. das heißt Run Oversight. Und da ist auch Werbung, die läuft wirklich über alle Seiten. Da bist du auf der nächsten Seite, kommt die Werbung, bist du auf der nächsten Seite, kommt die Werbung. Die ist alle da. Und das Ganze gibt es natürlich auch noch größer. Das heißt R.O.N. Das ist quasi der Hochsprung vom R.O.S. Also da läuft es halt über das ganze Netzwerk. Überall wo du da bist, bringt es eine Wildnews oder Vollartee. Und überall wo du bist, da ist die Werbung alle da. Dann gibt es noch einen Loop. Quasi ein Huren-Bürzel. Man denkt, nein, ich mache jetzt keinen. Aber die Werbung macht einmal einen. Die dreht sich dann einfach einmal oder geht einmal hin und her. Also ich weiß auch nicht wie so, was man heutzutage alles auf Englisch sagen muss. Aber man sieht, es ist modern. Also alles was man sieht, besteht aus Pixeln. Nein, nicht Pickel. Ein Pickel gibt es zwar da ab und zu. Aber das da, was man sieht, entsteht aus Pixel. Und die Pixel, die sind viel kleiner als die Pickel. Alle Buchstaben und alle Filme und alle Videos entstehen aus diesen Pixel. Aber da mache ich jetzt einmal einen Punkt. Punkt. Punkt.